Achtung, Achtung, XXL-Brillen, das große Landeswelle Parallelbrillen in Thüringen. Ich bin Isabel Schmidt, wir hören uns jeden Nachmittag von 3 bis 3 und wir haben es ja angekündigt, morgen das große XXL-Parallelbrillen bei uns im Funkhausgarten und bei Ihnen zu Hause. Regentanz wollen wir nicht, wir wollen lieber in den Sommer Sonnentanz, deswegen haben wir die Crazy Girls heute bei uns. Und jetzt wird es heiß, es gibt viel nackte Haut, es gibt heiße Rhythmen. Liebe Männer, bitte anschnallen, da geht's lang. Bueno, señoras y señores, aquí está Café Latino, una grabación de lunga duración para bailar y para gozar y que todo el mundo conocerá porque aquí está y es Café Latino. M evidente, wählen, ransomware. Meryn maden!!! Und jetzt wird es sehr gute Yen m transpose schon wirklich Bonn! Meine Damen und Herren, das ist Mambo No. 5. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store off the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a bus like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bad you, my lord. To me, burn this just like a sport. Anything's not, it's all good. Let me definitely sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number five. Mambo number five. Zamba! Samba! De Chandeiro! Samba, Samba! De Chandeiro! Samba, Samba! De Chandeiro! Samba! Das große Parallelrennen in Thüringen. Am Freitag, den 29. Juli mit Landeswelle. Thüringens Rock und Pop und Töllradio.